Hallo Kreative, schön, dass ihr wieder da seid. In diesem Anfänger-Tutorial geht es um Collagen. Collagen sind ja immer Bildanimationen, die ich auf verschiedenste Arten und Weise aufbauen kann. Magix Deluxe bietet hier schon eine ganze Reihe von Vorlagen, die wir uns als erstes einmal anschauen. Wir gehen hierzu in die Vorlagen, gehen auf Design Elemente und wählen hier den Bereich Collagen Basics. Ja, hier in diesem Bereich sehen wir nun viele Kachel mit unterschiedlichen Informationen. Die große Zahl zeigt mir immer an, wie viele Bilder ich in dieser Vorlage verarbeiten kann. Dahinter die zwei kleineren Rechtecke, die zeigen mir, wie die Bilder liegen, also in dem Fall 16 zu 9. Und so habe ich hier eine ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten. Man sieht hier, wir haben auch Grafiken mit einer 3D-Brille. Hier kann ich 3D-Objekte verarbeiten. Und so wie hier, die Hochkant-Darstellung zeigt mir natürlich, dass ich auch ganz normal Hochkant-Videos oder Hochkant-Bilder verarbeiten kann. Ja, wir haben ja aktuell in der Timeline zwei Bilder. Also wählen wir hier den Bereich aus, wo die Zweier sind. Und jetzt können wir uns einfach einmal eine solche Collage anschauen. Wenn ich jetzt auf so eine Vorlage mit der Maus darüber fahre, dann bekomme ich hier drei Symbole. Das mittlere, damit kann ich, wenn ich das antippe, mir die Collage einmal anschauen. Wenn mir diese gefällt, kann ich mit der linken Schaltfläche diese auf meine Collage übertragen. So, nun haben wir die Möglichkeit, uns diese Collage auch mit unseren eigenen Bildern anzusehen. Man sieht hier, Magix macht hier einen bestimmten Aufbau mit meinen Bildern, um diese Collage darzustellen. Daher empfiehlt es sich immer, Collagen entweder zu Beginn eines Videos oder entsprechend in einem Extra-Film zu machen. Weil, wenn ihr eine Collage mit einem vorhandenen Projekt, das ihr schon bearbeitet, erstellt, kann es sein, dass euch die Timeline hier das Ganze etwas verrutscht. Schauen wir uns mal noch eine zweite Vorlage an. Hierzu das gleiche Prinzip. Ich fahre über diese, kann mir sie im Vorhinein angucken und kann sie ganz normal übertragen. Hier haben wir jetzt eine Vorlage bereits und Magix fragt mich, möchte ich die vorhandene Vorlage mit der neuen Collagen-Vorlage ersetzen. Das möchte ich. Und auch hier haben wir wieder unseren Collagen-Aufbau und ich kann mir das Ganze hier sehr schön angucken. Ich gehe mal mit STRG-Z zurück. So, ich möchte euch mal noch ein weiterer zeigen. Und mit dieser haben wir auch einen interessanten Bildaufbau, der beide Bilder gleichwertig zeigt. Und das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit, um die Bilder jetzt nicht nur in groß und klein, sondern beide dann auch in groß zu sehen. Ja, wie ihr seht, gibt es ja hier eine große Auswahl an Vorlagen für die Collagen. Schaut euch hier gerne einmal um. Es gibt hier, wie gesagt, eine ganze Menge. Okay, wir wechseln einmal. Hier habe ich eine Collage mit vier Bildern. Wenn wir jetzt in den Bereich der vier Bilder wechseln, dann nehmen wir hier einfach mal eine und übertragen die. Auch hier ist es so, dass wir uns die anschauen können. Sehen wir jetzt eins, wir haben den Korb mit dem Gemüse ganz unten und haben die weiteren Bilder oben. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich jetzt die Bilder auch tauschen. Das heißt, ich kann sie so sortieren, wie ich es gerne dann in meiner Vorlage angezeigt bekommen möchte. Und so, und jetzt können wir uns an der Stelle die gleiche Collage noch einmal anschauen und sehen, dass jetzt im unteren Bereich das Olivenöl ist und die drei Gemüsenarten hier im oberen Bereich. Also so habt ihr auch die Möglichkeit, die Bilddarstellung innerhalb der Collage zu beeinflussen. Auch ist ja die Collage jetzt immer mit schwarzen Linien unterteilt. Möchte ich hier eine andere Farbe, so kann ich jetzt einmal meine Collage in die Timeline 2 ziehen. Damit haben wir die Timeline 1 frei und in diese ziehe ich jetzt einfach mal ein Bildobjekt aus dem Bereich der Testbilder. Und ihr seht, diese schwarzen Linien werden jetzt ersetzt durch die Farbe, die wir hier ausgewählt haben. Wenn wir das Grün hier jetzt etwas zu grün ist, dann ziehe ich einfach hier in der Mitte das etwas nach unten, somit ist die Farbe etwas gesetzter und wir haben einen anderen Hintergrund. Okay, wir löschen den grünen Hintergrund wieder. Ich möchte euch noch einmal eine andere Collage zeigen, die auch dann eher ein Bildobjekt darstellt. So, ich wähle meine Collage wieder aus und gehe hierfür jetzt auf die Vorlage 7, übertrage diese, dass wir das gleich mit dem ersetzen. Und hier haben wir jetzt mal noch eine auch sehr schöne Darstellung, wie ich finde. Und ihr seht, man kann eine Collage auch sehr gut als eine Bildershow einbauen. Also, so wie wir jetzt gesehen haben, Collagen eignen sich zum einen einmal, wenn ich viele Bilder habe und möchte die in meinem Video schön darstellen. Dann kann ich so eine Collage nehmen, wo ich viele Bilder auf einmal habe. Oder ich möchte eine schöne Bildershow darstellen und dann kann ich das, wie man hier sieht, auch mit den Collagen entsprechend sehr gut darstellen. Ja, das war mein erster Überblick über die Collagen. Schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat und ob ihr euch mehr zu diesem Thema wünscht. Ansonsten, ich bin raus und aus, freue mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo und bis zum nächsten Mal.